Wie positioniert sich eine Frau in der Gesellschaft heutzutage? Sie zieht sich sehr freizügig und aufdringlich an, ihr Rock muss so kurz sein wie möglich, die Nabel muss möglichst sichtbar sein, die Beine und die Schuhabsätze müssen möglichst lang sein, die Schminke muss möglichst dick aufgetragen sein, so viel wie möglich Putz um die Augen herum, angeklebte Plastiknägel müssen so lang sein wie möglich, möglichst weiße Zähne, nachdem man diese mit irgendwelcher Säure behandelt hat, was machen die noch? Die Augenlinsen müssen möglichst blau sein, warum muss man nur braunäugig sein, wir wollen ja auch mal blauäugig sein, nicht wahr? Ihre ganze Haarpracht ist gefärbt und voller Peroxid, möglichst blond oder weiß? Das ist also ein Bildnis einer Frau, welche in der Gesellschaft durch das Leben streift. Verstehe ich es richtig? Oder habe ich was übertrieben? Wahrscheinlich habe ich etwas übertrieben, nur um leichter zu verstehen, was mit so einer Frau danach passiert. So eine Dame erscheint also auf der Oberfläche einer Gesellschaft, sie ist also da. Selbstverständlich wird ein normaler Mann so einer Frau nicht näher kommen wollen, das ist ja klar. Ihr versteht, dass diese Feier er in seinem Leben aufrechterhalten muss, er will das nicht. Ich rede jetzt von normalen Männern. Welche Männer schenken ihr ihre Aufmerksamkeit? Wer? Männer, bei denen es in einer bestimmten Stelle etwas kratzt und sich etwas erregt, richtig? Sie umziehen sie also und sagen ihr, meine Liebe, lass mich dich umarmen. Sie antwortet, meine Liebsten, ich werde euch alle umarmen und dich umarmen und dich auch. Entschuldigt mich dafür, dass ich so hart rede, aber so ungefähr ist die Weltanschauung solcher Menschen. Diese energetische Aufmerksamkeit ist für solche Frauen notwendig. Von dieser Aufmerksamkeit mangelt es bei diesen Frauen. Sie sammeln diese Aufmerksamkeit an. Ich verrate euch ein Geheimnis, das ist ein typischer Vampirismus. Aber auch viele Männer sind heutzutage nicht anders. Kosmetik für Männer, Botox für Männer, Lippen für Männer und so weiter. Habt ihr noch keine Männer mit Botox beobachtet? Es gibt schon welche. Auf Kosten von primitivsten Energien werden alle Männer systematisch irrsinnig. Schaut in die Geschichtsbüchereien. Wie viele Kriege gab es wegen diesen primitiven Energien? Wegen dieser sinnlichen Liebe haben die Menschen sehr viele Probleme. Eine Menge von Problemen. Sie töten sich dann gegenseitig, ohne dabei auch nur mit einem Auge zu zwinkern. Das ist erstaunlich, aber das ist ein Fakt. Weil mit diesen Energien können sie nichts machen. So eine Energie ist wie eine Krankheit. Steckt zuerst einen an, dann geht sie zum anderen über. Hier hat sie einen Streit in der Familie zurecht gemacht. Dann geht sie weiter in eine andere Familie. Danach in die dritte und die vierte und so weiter. Bis zu dem Augenblick, wo ein mehr oder weniger asketischer Mensch am Horizont erscheint. Wenn er mehr oder weniger adäquat ist, wird es für ihn möglich sein, diese ganzen Energien aufzusammeln. Und dann transformierte diese Energie mit Hilfe der eigenen Askesen und entzieht der Gesellschaft diese Last. Versteht ihr? Keiner kann diese Energie kontrollieren. Warum ich so lange über Frauen erzählt habe, die sich so in dem Licht darstellen wollen, was sie eigentlich nicht sind. Das ist in der Tat ein riesiges Problem, selbst für die Frauen. Sie selbst verstehen es aber nicht. In der Zukunft wird es nur noch schlimmer sein. In der Zukunft werden die Beine kürzer sein und die Haut wird schlechter sein und die Lippen werden schmaler sein. Alles, womit sie jetzt übertreibt, wird in der Zukunft ins Minus laufen. Versteht ihr warum? In ihrer nächsten Reinkarnation wird sie solche Probleme haben, weil sie aus diesem Leben schon alles aussaugt, was sie in ihrem nächsten Leben hätte haben können. Sie verschwendet das alles in diesem Leben und sie verschwendet ihr das alles sinnlos, dumm und ohne Perspektive. Bei den Kräften und Energien, die ihr das alles dosiert, hätten geben können, ist sie nun in der Schuld. Man muss hier verstehen, dass die Frauen es sogar nicht aus Dummheit machen. Die Göttinnen sehen ungefähr auch so aus. Das sind feinstoffliche Lebewesen, auch als Absarer genannt. Sie sehen ungefähr auch so aus. Lange schöne Beine, schöne Teile, Lippen, Brüste und alles, was dazu gehört. Über das alles verfügen sie. Aber das sind ja Göttinnen. Warum sind sie Göttinnen? Weil sie Götter an ihrer Seite haben. Die Götter verfügen über noch mehr Potenzial, deswegen brauchen diese Götter Göttinnen. Sie befriedigt die Wünsche eines Gottes und deswegen lebt sie auch länger, aufgrund der Energie, die sie von ihrem Gott bekommt. Sie fragen sich, und was ist die Aufgabe von diesem Gott? Dieser Gott managt ja diese ganzen Welten rundherum. Das sind sozusagen die Supermanager, die eine riesige Menge von Energien von ihren Untergebenen erhalten. Und was haben wir in unserer Gesellschaft? Wer reagiert auf die ganze Kosmetik? Er versteht sicherlich alle, was für Menschen darauf reagieren. Das sind solche Menschen, die überhaupt nichts unter ihrer Kontrolle haben. Sie geben in diesem Leben sozusagen ihr Letztes aus. Meine Freunde, eine natürliche Schönheit wird euch nie schaden, davon gibt es nur Pluspunkte. Aber das, womit ihr jetzt versucht, euch aufzuputzen, das wird in der Zukunft einen Minus geben. In diesem Leben habt ihr das noch, aber in der Zukunft nicht mehr.